Wir gucken uns gleich mal die Posse um den Motorradhersteller Harley-Davidson an, wie man sich dort unlängst auf woke Ideologien eingeschworen hat, wie genau das bei den Kunden nicht so wirklich gut ankam und wie man daraufhin so tut, als würde man zurückrudern. Diese Person hier ist Jochen Zeitz, ehemals Verwaltungschef bei Puma und seit 2020 CEO von Harley-Davidson. In diesem kurzen Clip hier umreist er sein Bekenntnis zur Wognis und auch, dass er genau das seinen Kunden und auch den Shareholders künftig reindrücken will. Hören wir mal rein. Hier geht es erstmal um die Kampagne United We Ride, die sowas wie den Neubeginn der Produktion nach der Covid-Veranstaltung darstellte. So divers wie nur möglich also, jeder soll mit rein, ausnahmslos, jeder. Und nicht etwa jene, die fähiger und fachkundiger sind, denn darum geht es ja schließlich bei Wognis. Feiern will er also Diversity und Inclusion, was ja Teil der sogenannten DEI-Marschrichtung ist, also Diversity, Equity und Inclusion. Es war also der Hauptgrund, warum der Jochen hier den Job überhaupt angenommen hat, nämlich weil er an eine amerikanische Ikone glaubt und dazu beitragen will, eine zerstrittene Gesellschaft zu transformieren. Es ist bemerkenswert, diese Leute scheinen wirklich wie besessen davon zu sein, natürlich gewachsene Hierarchien umzudrehen und eben die Leistungsgesellschaft zugunsten von realitätsfernen Gleichheitsfantasien abzuschaffen. Wie es nicht anders zu erwarten ist, sieht er sich natürlich als Philanthrop und er will eine verstärkte Gleichschaltung von Wirtschaft und Politik, um eben die Ideologien durchzusetzen. So, so, die Geschäftswelt kann also ein treibender Faktor für das Gute sein, nicht nur, weil es das Richtige zu tun ist, sagt er, sondern weil es auch richtig für das Unternehmen ist. Fantastisch. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man annehmen, dass er Pastor ist oder sowas. So moral triefend wirkt das Ganze hier auf mich. Und dass es das Richtige für die Unternehmen sein, das kann eigentlich sofort widerlegt werden. Zum Ersten ist die wunderbar toxisch-männliche Klientel von Harley so ziemlich die Letzte, in der man mit solchen New Age Theorien kommen kann. Und zum Zweiten wird natürlich auch zwangsläufig die Qualität der Erzeugnisse leiden, sobald der Unternehmensfokus auf Diversity anstatt auf Meritocracy ausgerichtet ist. Ist ja ganz klar. Wir haben das bei Boeing gesehen, wo die Qualitätsmängel und Unfälle offenbar infolge dieser Ideologien rapide angestiegen sind und natürlich auch der Shareholder-Value ins Bodenlose gefallen ist. Wir haben es auch bei Bud Light gesehen, das war eigentlich immer das Ikone-Bier der Amis. Dann kamen Wokismus, ein gewaltiger Verbraucher-Backlash und ein Marktkapitalverlust von 16 Milliarden Dollar in dieser Reihenfolge. Wir sehen es auch beim Pharma-Riesen Pfizer, der sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2025 europäisch-stämmige Führungspositionen zu reduzieren. Ganz einfach, weil sie europäischer Herkunft sind. Und einer meiner Favoriten, Coca-Cola, gab seinen Mitarbeitern intern Instruktionen, wie sie weniger weiß sein können. Du weißt schon, weniger unterdrückerisch, nicht so selbstsicher und auf keinen Fall solidarisch mit anderen Weißen. Das kommt bei normalen Leuten natürlich nicht so gut an und es regt sich logischerweise Widerstand. Interessiert, dass die Konzerne, naja, nicht wirklich Ideologie steht, wie es ausschaut über der Gewinnmarge. Im Falle von Harley-Davidson war es allerdings wirklich gewaltig, was da zurückgeschossen kam und einige Kunden griffen zu wunderbar populistischen Maßnahmen, wie hier zum Beispiel der Kanal Columbia War Machine. So, jetzt könnte man fragen, bringt das alles denn was und ist das vielleicht nicht ein bisschen übertrieben? Ja genau, es brachte in dem Fall hier so viel, dass man seitens Harley zumindest pro Forma doch etwas zurückrudern musste und nun so tut, als würde man von der Woken Ausrichtung Abstand nehmen. Kann man das als glaubhaft betrachten? Ja, hier mal mein Hinweis an Harley und Konsorten. Das wird nichts werden mit eurer Ideologie. Egal wie viele Moralien getränkte Dunstwolken ihr aufpustet und Jochen, wenn du die eine oder andere Dosis Realität willst, dann hol dir mein Buch oder klick dich ein bisschen durch meine Videos. Kann dir helfen. Allen anderen danke fürs Zusehen, liken und kommentieren. Ciao, ciao.